Mein Sport gefällt mir so, weil man mit viel Fleiss und Trainings seinen Körper zu Höchstleistung verändern kann und mehr viel ausser der Natur trainieren kann. Mich zeichnet aus, dass ich ein Wettkampftyp bin und viel besser im Wettkampf bin als im Training und dazu am Schluss immer keinen draufsetzen kann, egal in welcher Situation ich bin. Dazu habe ich immer sehr Freude am Sport und lache eigentlich immer. Nominationen für eine Sporthilfe-Nachrufsbereich bedeuten mich vor allem Anerkennung für meine erbrachte Leistung und motiviert mich brutal noch einmal Vollgas gehört, um meine Leistung zu toppen.